Einzelne Töne dringen aus Instrumenten, Medium, Laptop. Einzelne Töne wiederholen sich online, die Verbindung steht. Einzelne Töne verbinden sich mit der Welt, die bleibt anonym. Einzelne Töne leben immer wieder auf im Internetraum, uralte Töne auf neuen Instrumenten von Menschen gespielt. Mein Ohr fängt sie auf, der Laptop gibt sie wieder. Ich bin verbunden, ich höre eine klassische Situation, mein Kopf nimmt sie auf. Ich bin mittendrin, kein Konzertsaal, kein Festkleid, Modem, Laptop, Box. Einzelne Töne geben sich zu erkennen, die Musiker nicht. Einzelne Töne erzeugen in mir, was ich in ihnen höre. Sie kennen mich nicht. Einzelne Töne sind da, ich kann sie hören. Ich wiederhole die einzelnen Töne und die Schwingung mehrt sich. Alles unsichtbar, nicht ein Ton ist zu fassen, was richten sie an? Ich bin mittendrin, kein Konzertsaal, kein Konzertsaal, kein Konzertsaal. Als wife, Zeit ist trank, kein Konzertsaal. Untertitelung des ZDF, 2020